Wir haben hier, also die da, glaube ich, wir haben diese drei, die jeweils uns angucken, der einzige, der uns stört, ist er, und er, der rumguckt, er guckt bis irgendwo hier, das ist gut so, guckt er rum, ist die Frage. Ich habe bestimmt schon mal geguckt, aber sicher, sicher, ja, er guckt, ja, er guckt aber nur nach hier unten, das geht ja, er muss jetzt ganz einfach machen wollen, nämlich eine Granate, die Frage ist, ähm, dann werden wir natürlich Alarm auslösen, was dann passiert, irgendwie er da überlegt. Wir haben nicht mal Alarm ausgelöst, das ist ja cool, holen wir die Leiche ran, es wurde zu laut, ein Fall, es wurde zu weit offen, so, das haben wir auch, so, den Kommandantenschlüssel und ne Hübschoniform für ihn. Das war, das war oben, nein, das war in Deutschland, das war in Deutschland, das war in Deutschland, es gab einen, ist da jemand? Öh, ist hier was? Äh, 10? Öh, jetzt nichts. Kannst die Leichen reinbringen, warten mal. Können wir die nicht durchs Fenster? Nein! Ja, genau so. So, und da rein. So, manchmal ist der einfachste Weg halt auch der schnellste. Okay, deswegen ist es ja auch der einfachste, ne? Äh... So, tauschen mit ihm. Das, 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 das. Das, den Schlüssel gibst du gleich dem Dieb und die Zeitbomb kriegst du noch. Er kriegt das und schaltet auf das oben. Gift ist voll, das kann er haben. Auftrag erledigt. So, speichern. Bin unterwegs. So, dann legst du hier die Panzermine aus. Ja, Sir. Ich weiß ja auch nicht, wofür ich so viele brauche und nicht, dass dann auch am Ende irgendwas krasses kommt, so was nicht, ne Invasion oder sowas, gegen mich, wie ich verteidigen muss. I don't know. Also wirklich, keine Ahnung. Äh, würde ich sagen, machen wir weiter, indem wir das Gebäude hier oben clearen. Das sollten wir anstellen, indem... Wo ist er? Da. Renn los. Speichern natürlich nicht vergessen. Und... So, Schwerfall, jetzt ist er nicht. Nein. Ja. Komm, hier. Standesgerecht. So. Alle außer Whisky können da rein. Du kannst vorne mit rein. Damit blockieren wir auch gleich die vorderen Sitze. Zu ihrer Verfügung, Sir. Damit müssten die anderen jetzt einfach hinten alle rein. Jetzt ist voll. Was sollen wir jetzt tun? Okay, wen brauchen wir denn? Den Schauschützen hätte ich schon auf jeden Fall gern dabei. Den Fahrer brauche ich nicht unbedingt. Bin bereit. Flurz, da brauche ich auf jeden Fall. Und... Äh, Queenie, tut mir leid. Du hast zwar coole Fähigkeiten, aber, falls irgendwas aufgeschlossen werden muss, brauche ich ihn. Five Mal, damit Whisky auf dich getriggert ist. Wieso ist denn hier der Fahrer? Hier, lauf mal mit. Wo natürlich der Fahrer auch nice wäre, aber in der ersten Fuhre nicht. Speichern wir das Ganze und dann geht's los. Wir fahren wie der letzte Henker. Gab's ja irgendwelche Leute, wo... Nee, die waren auf der anderen Seite. Uh. Sorry, Blur. Halt. Da war unsere Abzweigung. Was tust du? Ich bin umgefahren, Alter. Danke. Guten Tag. Oh, oh, da hinten. War die schon immer da? Diese Patrouille? Richtige Formulierung wäre, waren die schon immer da? Okay. Wie bringt man gegnerische Soldaten zum Retten? Nee, 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 nee. Ja, ich spiele wieder. Ist okay, ist okay. Nein, ach, wie fährst du denn? Sogar der da oben zuckt. Das ist so lustig. Sooo. Hier unten könnten wir auch eigentlich überfahren. Was ist das denn da hinten? Ist das noch ein Fahrzeug? Ist das noch ein Fahrzeug? Krass, krass. Wie ist das denn gestellt? Nee, 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 nee. Achtung. Ja, genau. Oh, nicht, dass ich mich festfahre. Nein. Ah. Falsch rum. Nee, 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 nee. Nein. Vorwärts. Nein. So vorwärts. Nein. Ah. So, speichern wir das. So, warten wir bis die erste Patrouille vorbei ist und dann fahren wir diese Patrouille, die da steht, um. Eiskalt. Zuck, 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 zuck. Ehe zuckt keiner. Nenn, 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 nenn. Nochmal speichern. Und rein da. Juhu. Oh, ich müsste ihn mal wieder verfolgen. Bin doch nicht. Abwählen und einfach wieder anwählen. Ob er automatisch wieder verfolgt. Ja. So, wie der Henker jetzt hier. Fass doch rum. Nee. Nee. Stirb. So, wieder einen. Nur noch einer. Nee. So. Ist ja schlimm. Das war kein Problem. Das Fahrzeug da hinten ist cool. Was ist das denn? Oh, sogar mit Einsteigeranimation. Nenn, nenn, nenn. Sogar mit Quietschen in Reifen, hä. Stimmt, das Fahrzeug vom, 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 vom Obergeneral... ...Stadtaufseher-Typ. Cooles Fahrzeug. Aussteigen. Aus, 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 aus. Wo? Ich glaube, ich habe alle. So. Natascha aussortieren, ihn aussortieren. Der Wurst hinlegen, bitte. Sind unterwegs, Sir. Ein kniffliger... Gut, war, Körner. Bin auf dem Weg. Guck dir den mal bitte an. Dann nimm ihn mal bitte mit. Da hinten. Äh, das kannst du dir holen. Bin auf dem Weg. Oh, ja. War nicht schwer. Ach, das war ein Kommandant. War nicht schwer. Bin auf dem Weg. Ja, bitteschön. War nicht schwer. Zack. Na da hinten. Satir die immer gerne. Ist einfach schöner. Alles schön sortiert aussieht und auch ist. War nicht schwer. Außerdem ist dann die Gefahr geringer, dass uns irgendwann mal irgendwie jemand diese Leichen entdeckt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie die ganze Mission hier läuft. Bin auf dem Weg. Also... War nicht schwer. Ich kann mich noch erinnern, dass man hoch auf die Spitze des Turms muss. Das wissen wir ja schon. Bin auf dem Weg. Aber was dann wie wo weiter geht... War nicht schwer. Keine Ahnung. Tschüss. Bin schon Dank. Und runter. Ich bin bereit. Bin auf dem Weg. So, jetzt können wir anfangen. Jip. Wir sind auf geht's, Jungs. Ich würde mal sagen, wir fangen da hinten an. Wir sind unterwegs. Gut. Jawohl, Sir. Nein, nein, nein. Wir sind unterwegs, Sir. Bis an die Rante. Oh mein Gott. Wieso kann denn der da drüber gucken? Ein kniffliger Job. Das macht die Sache schwieriger. Das stimmt mit ihm nicht. Mach ich. Gut. Jawohl, Sir. Ein. Das ist mein Ding. Du musst verhindern, dass er die Leiche wegmacht. Jawohl, Sir. Hochwärts. Bin auf dem Weg. Zu Ihren Diensten. Wenn du nicht entdeckt wirst, renn. Zu Ihren Diensten. Bin auf dem Weg. Zu Ihren Diensten. Geht's hier weiter? Ach, da. Da, da, da. Renn. Ja. Bin auf dem Weg. Geht's doch irgendwo raus. Hier einfach hier raus. Jawohl, Sir. Nein, was tut er? Das ist mein Ding. Ja. Meine Güte. Ich glaub, es hackt. Oh. Schnell. Das ist hier die Scharfschutzmunition. Die anderen haben... Was ist denn hier los? Jawohl, Sir. Wo sind denn die alle? Bin auf dem Weg. Zu Ihren Diensten. Das stimmt ja mit denen nicht. Das ist mein Ding. Zu Ihren Diensten. Rennen sie alle mal hoch. Okay. Komische Leute. Zu Ihren Diensten. So, wieder runter. Tschick, tschick, tschick. Da ist die Entschärfung. Da will ich mal hin. Da ist auch der Hauptkommandeur... Typ. Äh, das ist mein Ding. Zu Ihren Diensten. Einmal mit den anderen mitlaufen hier. Alles ganz normal. Zu Ihren Diensten. Haben wir wohl irgendwie gesehen, gehört? Hä, die waren da drin? Was ist wrong with you? Jawohl, Sir. Komische Leute. Einst immer Schatzschützen frei. Ich bin begeistert. Das ist mein Ding. Wir sind noch nicht frei von Leuten, die hier ziellos umherstreunern. Sie haben den Richt. Bin bereit, Sir. Wie Sie gesehen haben. Da arbeiten zwei Leute noch dran. Bin auf dem Weg. Allzeit bereit. Du solltest dich nicht an die Wand lehnen. Du solltest sie ablenken. Jawohl. Der andere hier, der bewegt sich da rum, oder? Bestens. Tag. Okay, der da hinten guckt auch. Ah, der guckt aber nicht so weit. Bin bereit, wie Sie befehlen. Bin unterwegs. Ja. Speichern nochmal schnell. Dazu bin ich bestens geeignet. Wird sofort erledigt. Warum deckt er das nicht auf? Hallo. Deck seine verdammte Sicht doch auf. Ich bin dabei. Äh, passt sogar noch, gerade so. Zu Ihren Diensten. Den kann ich nicht weiter kontrollieren. Stopp. Wie Sie befehlen. Ich bin bereit. Bin auf dem Weg. Kein Problem. Du ihn. Also, zu Ihren Diensten. Du ihn. Das ist mein Ding. Äh, äh, äh. Lass uns dorthin gehen. Bin bereit. Okay, jetzt müssen wir warten, bis der andere das da... ...gecheckt hat. Und, dass er da nicht sein soll. Genau der da. Oh, ich kann jetzt schon mal rüberkriechen. Der sieht mich ja nicht. So, erst recht nicht. So. Speichern nochmal das Ganze. Und du jetzt runter. Ja. Du machst dich schon mal hier zur Massenvernichtung bereit. Zack, zack, zack. Oh, genau. Und der Kante lang. Und... Oh, hab ich gut. Ja, der hat mich ja nur gesehen. Alter, da müsst ihr mal sehen, wie gut hier die... ...die Triggerin... ...Äh, Triggerung? Triggerung? Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Die Trigger der Sicht sind. Weil er auf erhöhter Position stand, konnte er das sehen. Ich befehlen. Also mich. Also mich. Ich bin dabei. Also mich...